So, jetzt beginnt die geile Runde, jetzt bin ich wieder da. Man kann unten den Raum fluten. Es war mir egal, ob du den Raum fluten. Jummi! Nein! Du darfst nie den Steinmann zuerst töten. Immer! Nein, nie! Also ich geh gleich mal so schnell, ich kann hier raus, ne Leute. Vor da unten jemand den Raum flutet. Einmal kurz zur Info. Ist das nicht so, dass wenn das Licht ausgeht, dass der Slenderman kommen kann? Keine Ahnung, das ist wie gesagt nicht die normale Slendermap. Ich bin natürlich immer wieder interessant. Das ist eine komplette eigene Map, die nichts mit der normale Slendermap zu tun hat. Okay, weil wenn du die, du kannst ja im Workshop, kannst du da, also siehst du ja den Slender. Ja, eben, eben. Aber ich meine, deswegen sage ich auch nicht, es kann sein, dass hier der Slender auch auftaucht auf der Map. Okay, also falls ich schrei wie so ein Mädchen, weil ich ja jetzt bin... Ach so, bist du ja. Was, du bist ein Mädchen? Was ist los? Nein, guck mich an, ich bin ein alterfaltiger Mann. Ach so, gut, ja. Gut, dann ist Yumi nach wie vor das 1 gemittelt hier. Sie kriegen es gerade bei mir, wenn ich nicht tot bin, ich siehs. Pfui. Danke. Danke. Ich bin der Botkin. Ich weiß, was gute Spiele sind. Peng, peng, peng. Und ganz schön um der Fall, im Halle, fein. Ich bin der Schuss. 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 Oh Gott. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin der Schuss. Hm. Wer sind die denn alle? Versteckt ihr euch? ok ich habe einen feldraum gebracht ist noch jemand am geben hallo das ist ja was man gehört hat wusste man schon genau wer es war ja und die kettgau ich bin so ein rentner in reaktion spring doch mal du machst ein salto wenn du springst ich komme nicht aus Scheiß Leiter! Hallo? Achso, okay. Ich hab kurz vergessen, wie man eine Leiter benutzt. Was ist denn das hier? Gut, wir reden hier vom Garrysmob, ob ich dir das sogar. Chris, was machst du da? Ich bin hier bei Steinmagen und ich lagge. Ich lag gerade. Okay, jetzt gehts wieder. Was denkst du denn? Wenn er bei dir ist! Ein schön dächtiges Eis! Nein, ihr habt das nicht abgelaufen! Es ist das Licht aus. Komm, ist das Lender? Was? Oh Gott. Ich glaube, irgendwer wurde mit der Furzkanone angeschossen. Hier piept nämlich der Boden. Warte mit die Rauchhilfe, bitte! Ja, ich verstehe nichts. Hallo? Was war das denn? Hi Sonic! Bleib weg von mir! Ich trau dir nicht! Ich seh, ich seh, ich bin... Ich mach ein Licht. Ah, okay, ich hab's. Aber ich glaube, jetzt kann tatsächlich der Slenderman über den Umständen hier ankommen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hi Yumi! Bleib weg von mir! Ich trau dir nicht! Oh, ist das ein ekliges Geräusch! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Hi Rayon! Ich trau dir nicht! Bleib weg! Ja, ich geh eh weg! Okay, so ist fein! Ich bin das Wichchen! Ich kann nicht ins Wasser! Komm da nicht wieder rauf, Chris! Sei sozial! Geh weg! Immer auf die Kleinen! Ich mein, das ist ja... Aha! Hey, das riecht sich wieder an! Oh Gott! Das riecht sich wieder an? Ja! Ja! Jetzt bin ich im Wasser! Oh, ich komme raus! Ja! Ne! Hat irgendeiner von euch einen Slenderman gesehen? Ne! Ich hab ihn verschlendert! Aber das heißt ja nicht! Ich bin der Slenderman! Meine wahre Identität! Hi! So, Schisser! Wer ballert? Ja! Lustig ist auch, dass ich dich aus der Kanalisation ausfinde! Wo geht sie hoch? Hier ist ne Leiter! Du warst vorhin direkt neben der Leiter Rayon! Nein! Lass mich! Ich bin blind! Wo geht sie raus? Ja ohne Scheiß! Hä? Hi Yumi! Bleib weg! Bleib weg! Ich fühl mich grad in Leichtum! Hab ich nicht gesagt! Du fühlst dich leicht! Alter, bleib weg von mir Yumi! Ich fühl dich so für schwarze große Löcher! Nein, nein, nein! Ja! Nice! Och Gott! Und Rayon hat die ganze selbe nur die Traitorfallen aktiviert! Ich wollte das nach der Kanalisation raus! Haben aber die scheiß Leiter nicht gefunden! Die sind immer da, wo du vorbei gehst! Da ist so ein richtig schwarzer Schatt, wo du nicht reinkommst! Da sind die Leitern drin! Steinmagen! Ja! Kannst du mal Soziales in den Weg geben! Ich darf nicht ins Wasser! Oh, sorry! Boah! Gänster geht Leiter auf Hochmensch! Übrigens, für die es nicht wissen, hier ist ein Traitorraum! Hä? Das ist kein Traitorraum! Ich kann jeder sagen! Geil! Ich kann das Licht abschalten, wenn man ein Traitor wäre! Kannst du drauf! Steinmangel! Also ich hier beim Traitor-Tester! Also wenn es ganz schlicht ausgeht, dann ist es Steinmangel! Ich steh drin! Hilfe! Irgendwer kann den Knopf über mir drücken! Steinmangel! Bitte raus! Ja! Wo ist meine Waffe? Wer schießt? Wer schießt? Als würde man dann auch antworten! Ich hab grad auf die Decke geschossen, Leute! Hey! Hier! Drück den Knopf! Drück den Knopf! Also wenn auf mich jemand schießt, ich hab einen Magneto-Stick! Ja! Geh rein, spitze! Oh! Ein Magneto-Stick hier! Du bist auch grün! Ich häng dich auf! Yumi hat die! Shitgun! Schon wieder? Wo ist sie hin? Sie ist unsichtbar! Sie ist unsichtbar! Das wird immer geiler! Kacke! Sie wird, glaube ich, in 30 Sekunden wieder sichtbar, wenn sie vergenutzt... Boo! Ja, hi! Nein! Okay, wenn du Yumi... Sie... Wenn irgendwer Yumi sieht, sie ist Traitor, ne? Sie ist unsichtbar! Wenn sie irgendwer sieht, ne? Ja! Ja! Sollte sie wieder sichtbar werden... Ah! Das klang so, als wär sie wieder sichtbar worden... Ich hab sie, glaube ich, ja unten gehört, aber... Bevor sie jetzt unten die Traitor-Falle aktiviert, suche ich wieder nen Weg nach oben... Ja, ich find... Ja, geht doch! Ich hab grad Angst, dass gleiche... Ich hab grad Angst, dass gleiche... Ich trau dir nicht! Du bist noch nicht proved! Nein, du auch nicht! Ja, ich weiß... Ja, geh doch mal... Geh doch mal nen Traitor-Tester! Ja, warte... Ah, warte... Ich bin ja schon proved, ich war ja schon im Traitor-Tester... Aber okay, wenn du mir sagen kannst, wo der Traitor-Tester ist... Nein, weiß ich grad nicht! Okay, dann laufen wir hier einfach zu dritt rum... Species auch schon getestet... Ja... Das Pony! Warte... Steinmagen? War ich irgendwie hier? Ja! Okay, da ist Buhu... Steinmagen, du bist grad runtergegangen... Wir sind grad am Weg zum Traitor-Tester, ne? Kannst du direkt mitkommen, wenn du dich traust... Nie ein Traitor-Tester! Lustig! Oh, da geht hier hin... Ähm... Irgendwo hier war er, irgendwo hier in der Gegend... Lockst du mich grad in irgendeine Ecke und erschießt mich dann? Nee, warte, hier ist noch... Er macht was ganz anderes mit dir in der Ecke! Warte, ich kann hier auf der Karte nachsehen, nur aber... Der war... Warte, ich schieße auf die Stelle, wenn ich sie finde... Hä? Der muss der Karte... Ah, da war's! Da war's! Gut, wir müssen... Folge mir, folge mir! Ja, Papa, erschießt mich nicht, bitte! Da ist er! Perfekt! Da! Jetzt bitte drücken! Ja, ich mach nichts, ich mach nichts! Einfach den Knopf drücken! Da, und jetzt ist grün über mir! Ja? Genau! Jetzt gehst du rein! Na? Ja! Und Spezi geht rein! Rayon ist auf jeden Fall schon tot, weil den hab ich vorhin rumschreien gehört und dann aber eine Leiche! Gut! Da haben jetzt... Wir drei es improved! Das heißt, Rayon ist tot, das heißt Steinmagen und Sarah sind's! Was? Du hast mich doch drücken! Nee, warte, Yumi lebt ja auch noch! Scheiße! Warte, ja stimmt, du bist ja gerade... Entschuldigung! Steinmagen und Yumi! Mein Äußeres ist so verwirrend, nicht wahr? Ja, ja, man vergisst immer drauf, dass du... ...kein alter Sack bist! Eigentlich ein Mädchen bist! Was? Geh dir jetzt einfach hinterher! Ja! Wir sind jetzt das Superdreie-Team! Achso, ich mach auch mal Licht an! Das klingt falsch! Das klingt so falsch! Dein Stream! Auch! Passt doch! Da waren wir! Da waren wir! Ich bin hinter dir! Irgendwo da! Äh, ich bin zufried! Ich hör! Achtung! Da hinten! Steinmagen! Steinmagen! Ja! Ja! Okay, Yumi, Waffe! Äh, wo war Yumi? Yumi war schon am Arsch! Aber ihre Leiche ist verschwunden, irgendeinem Grund! Yumi, hab ich dich gefunden? Ja! Okay! Ich hätte sie gerne wiederbelebt! Gibt's dafür ein Item, um die Leiche vom Traitor zu finden? Zu finden nicht, aber wiederbelebt! Ja, das weiß ich, aber ich brauch... Äh, ich komm hier nicht von der Leite runter! Oh, verkackt! Wieder mal! Heute mal wieder exquisite escape! Hier ist ne Karte! Schweigelöbde? Was? Was wär's? Schweigelöbde? Warum ist das schon mal so still? Oh, hallo Steinmagen! Oh, hallo Steinmagen! Hä? Geh weg! Ich leck deinen Hintern! Eie! Was? Alter, jetzt komm ich schon wieder nicht von der Leite runter! Ganz hoch! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Ich leck deinen Hintern! Ich leck deinen Hintern! Ohne... Nein, bitte! Oh, warte, da waren gerade noch andere Steps und leck ich den Hintern von der Person! Oh, warte! Was macht ihr da, hallo? Wir lecken uns den Hintern! Aha! Weil er leckt! Ja, wir wollen euch ja nicht bei irgendwas behindern, ne? Also wenn ich tot bin, ist es Mr. Measix! Warte, komm mal hier! Komm mal hier! Ich hab ja den... Ich hab ja den richtig großen Mund, ne? Hi! Hallo! Ich glas die ein! Hallo! Aber ich hab das Ticker-Rohr! Geh weg! Du hast wunderschöne Augen! Toll! Hey, das macht die Glasgur! Wie schießt jemand? Steinbach! Nein, 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 nein! Rayon? Schieß nicht auf Licht! Nein! Ich habe Closed on erschossen! Hallo, Sarah! Warum sind wir alle in einem Ha... Wer hat die gerade geschossen? Wir sind alle auf einem Haufen, hier ist auch noch Yumi! Wir sollten hier nicht auf einem Haufen sein! Hallo! Hi, Yumi! Hi, Yumi! Ja, weil du schießt aufs Licht! Ich darf auf Licht ausschießen! Ich hab ne Lizenz! Achso, okay! Entschuldigung! Hi, Yumi! Hi, Yumi! Hier wird geballert! Trigger Happy steht bei dir drunter! Ray? Jaaa! Hi, Sarah! Hi, Yumi! Soll ich mal schießen? Hi! Soll ich mal schießen? Hi! Yumi, hi! Hi! Also... Bringst du dich gerade in der Enke für irgendwelche lustigen Sachen? Wieso? Nur weil ich Yumi nachlaufe? Wieso laufe die Yumi jetzt halt? Weil du dir nur Spaß hast! Ich bin spannend! Oh Gott! Oh Gott! Ich laufe einfach Yumi nach! Ja! Mir läuft jemand nach! Okay, warte! Yumi ist im Traitor-Tester und sie ist in... Moonwalk! Yumi... Nächste Punkt! Wir waren im Traitor-Tester! Was ist der Leiter? Was ist denn los? Ich fühl mich beobachtet hier! Wer läuft mir nach? Ich! Beide! Seid wahrscheinlich beide Traitor! Ja, natürlich! Da drüben ist eine Schießerei! Wo? Wo? Also Sarah... Es ist eine Schießerei und wir gleichzeitig... Wo? Also Sarah... Es ist eine Schießerei und wir gleichzeitig... Nein! Ich kann auch gerne Träger-Tester-Tester-Glied bei die Wolken! Ich bin nämlich hier gerade ganz weit weg! Sarah! Ist es nicht ich?! Da wurde da... Yumi? So! Das Rest! Sarah und Speezi! Nein! Doch! Weil wir... Wir beide waren im Traitor-Tester miteinander, ne? Kacke! Und ich! Ich! Danke! Hätten wir einen Detective, wäre er erst eine Health-Tration angebracht! Cheetah! Ja! Ja! Das war nicht Proof! Ja, aber... Ja, schon! Aber dann einfach nur auf mich zu schießen... Das ist doch... Ich habe ja nicht geschossen! Ich bin jetzt Traitor! Ich darf jetzt schießen! Also bitte! Ich glaube, ich habe einmal dich angeschossen und danach aufgehört! Yumi! Ich weiß nicht mehr! Geh weg! Oh! Hi, Rayon! Alter! Hi, Sarah! Ich gehe da mal weg! Hi, Steinmagen! Ich bin jetzt wieder in den nächsten Parten! Hi! Das ist Bandide Support! Oh! Was macht das hier eigentlich? Genau noch dieses Reich! Sonne? Hi! Ja, wahrscheinlich für die Traitor! Hinter dem einen Raum, von der Tür, was du aufmachen kannst, ist ein Lichtschalter! Ne, aber hier ist so ein fettes Mittelding, wo ein Button drauf ist! Hier, siehst du! Kann ich nicht drücken, tut mir leid! Ich kann drücken! Ich kann drücken! Ich auch nicht! Entweder man kann es gar nicht drücken, oder es ist für Trade! Wow, Sarah! Wow! Hi! Da hinten schießt sie, Mann! Du hast auf mich geschossen! Was?! Habt sie getötet? Was ist ihr? Äh? Was?! Sie schießt sie ein! Keine Ahnung! Da war doch jemand anders! Der war doch ganz knapp bei mir vorbei gewesen! Sonic und... Bis! Nein! Ich traue euch beiden nicht! Hallo, Ray! Hey! Ich such mal meine Waffe! Ich verkaufe nichts! Nicht?! Ich dachte, deine Siege! Nein! Verkaufst du, dein Arschloch! Ja! Wart und wo? Was?! Jetzt sofort hier! Bei Steinmagen! Achso, wo ist er? Das kann jetzt nicht mehr bei Steinmagen ab! Beim Traitor-Tester! Komm, Harry! Ne, Traitor-Tester machen wir nicht! Und was geht dein Arschloch auslecken? Hi, Yumi! Ich weiß nicht, ob Yumi sind... Dein Arsch kennt die Waffe nicht! Geht beide weg! Oh, ich sehe hier! Für alle weiteren Traitor-Runden kann ich da nicht reingehen! Oh Gott! Ich bin da aber nicht! Geh rein! Nein, 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 nein! Gut, ich geh rein! Geh für alle weiteren Traitor-Runden sind nicht rein! Das war zu früh! Glaube ich, oder? Okay, nee, war's nicht! Geht ihr schon wieder ein Traitor-Tester? Du? Ich finde das... Ne, das macht's unfair! Ja, Traitor-Tester ist ja am Anfang lustig, aber immer in jeder Runde, das ist dann... Hier? Passt auf! Ja, wir sind hier gerade zufällig vorbeigelaufen! Ja, zufällig vorbeigelaufen, aber auf der Karte geguckt! Ich lufle schon dreimal im Kreis! Das ist ein kacke... Chris! Also, ähm, Sonic und, äh, Ray und... Äh, äh, achso, ja, du war ja bestimmt... Hoppla, schießt jemand! Ich glaub, die Leiche ist tot! Chris! Ja, ich weiß, dass die zwei, äh... Oh Gott, ich glaub, die Leiche ist tot! Also, wenn ich jetzt stehe, bin ich tot, ne? Äh, was? Also, Chris, wenn du mich jetzt erschießt, überlebe ich das vielleicht nicht! Die bin ich aus dem Weg! Den Traitor-Tester kann man nicht überwinden, oder? Äh, doch, weil er zeigt auch grün an, wenn nichts drin ist! Das heißt, wenn du nicht ganz drin stehst, könnte man ihn theoretisch überwinden! Da könnte man cheat ihn rein theoretisch! Aber man muss wirklich so machen, dass es den anderen nicht auffindt! Aber wenn ihr zwei grün wart und ich wirklich auch grün bin, ich renne auch ohne Wasser hinter euch her, dann muss es... Chris! Chris! Der hat dich schon gar nicht! Guck mal, ich hab'n Diegel! Pass auf, ich schieß auf Ray! Ich hab'n Falsches gemacht! Ah! Passt auf! Ich bin ein Igel da nicht! Und das war mein Traitor-Tester! Ja, gut, dann ist... Ah! Du Random-Killer! Das war ne normale Diegel! Ohne Scheiß! Das war ne normale Diegel! Nein, nein, nein! Das war kein Random-Killer! Das war kein Random-Killer! Ich weiß...